Hallo, hier ist Irene mit meinen Tipp-Videos und in diesem Video geht es darum, wie die Lightbox eingebaut wird und welche Fehler da eventuell passieren können. Und einfach um die zu vermeiden, habe ich dieses kleine Video gemacht. Viel Spaß damit! Hallo, hier ist Irene mit einem Tipp-Video zum Thema Bilder einfügen. Und zwar habe ich festgestellt, dass es manchmal vorkommt, dass es dort Fehler gibt, dass Bilder sich nicht in der Lightbox öffnen, obwohl wir das angegeben haben. Und ich möchte das jetzt einfach nochmal zeigen, wie man diesen Fehler vermeiden kann. Ich habe hier schon einen Testartikel angelegt. Ich möchte, dass mein Bild am Anfang des Artikels kommt. Und ich gehe ein Bild einfügen und ich sage diesmal, ich nehme eins, was schon in meiner Mediathek ist. In dem Fall gleich das erste hier, die Wasserlilien. Und dann kommen die hier in meinen Beitrag. Und jetzt sehen wir hier eine URL. Und das ist die URL zum Bild. Wenn hier nichts steht, was leider manchmal vorkommt, aus welchen Gründen auch immer, dann funktioniert auch die Lightbox nicht, weil dann zum Bild nirgendwo hin verlinkt worden ist. Und um das zu vermeiden, immer darauf achten, ist hier eine URL drin. Wenn nicht, nochmal kurz hier auf diesen Button klicken. Spätestens dann ist diese URL hier eingefügt. Dann, wie gehabt beim Bildereinfügen, die entsprechende Größe wählen und in den Artikel einfügen. Und dann müssen wir leider den zweiten Schritt machen. Das lässt sich nicht in einem einrichten mit der Lightbox, komischerweise. Hier nochmal drauf. Unter Erweiterte Einstellungen gehen und als Linkbeziehung Lightbox eingeben. Genau so geschrieben. Auf Aktualisieren gehen und das Ganze funktioniert. Ich gehe jetzt mal auf Vorschau und schaue, ob das geklappt hat. Das Bild ist schon mal da. Und die Lightbox geht auf. Das war ein kleiner Tipp, wie wir vermeiden können, dass die Lightbox sich nicht öffnet, wenn wir ein Vorschaubild eingefügt haben. Ich hoffe, dieser Tipp hat weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Eure Irene Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.